Dirk sitzt auf unserer wundervollen Terrasse, die jetzt leider schon etwas im Schatten liegt, und tut was. Er schlägt um sich, was ich auch gleich werde machen müssen, denn es hat sich bereits eine Mücke auf meinem Rücken niedergelassen und sticht zu. Die andere sitzt auf meiner Hand. Ja, das ist leider der kleine Nachteil. Wir müssen wieder rein. Wir müssen wieder rein.